Victorinus von Poetovio oder Victorinus von Pertau war Bischof von Poetovio an der Drau. Er ist der Verfasser des ältesten erhaltenen lateinischen Bibelkommentars, in dem er die Offenbarung des Johannes auslegt. Über sein Leben ist wenig bekannt, doch wird er von Hieronymus erwähnt. Möglicherweise stammte er aus dem griechischsprachigen Teil des Römischen Reiches. Victorinus gilt als der erste kirchliche Schriftsteller aus den Balkan- und Donauprovinzen und als der früheste lateinische Bibelexe geht. Von seinem vermutlich umfangreichen Schrifttum ist nur wenig erhalten geblieben. Victorinus war kritisch gegenüber der römischen Staatsmacht. Er wandte sich gegen Irrlehren, neigte aber selbst dem Chiliasmus zu. Victorinus wurde während der diokletianischen Verfolgung ermordet und wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Der Gedenktag ist in der orthodoxen wie der katholischen Kirche am 2. November. Werke, De Fabrica Mundi, Inne Parkelissen, Victorini Episcopi Peter Vionensis Opera, herausgegeben von Johannes Hausleitner, Temski, Windoboni 1916. Das war krass. Aber er ist in der Luftring ste mintlich. Und das war krass. Untertitelung des ZDF, 2020